So Leute, dann beginnen wir mit der abendlichen Unterhaltung. Wie ihr vielleicht schon, wenn ihr hier auf die Seite geguckt habt, gesehen habt, ist es heute ein etwas besonderer Stream. Es geht wieder zurück ins Haus der Tausend Türen und zwar ins Bonus-Kapitel von The Palm of Zoroaster. Ich habe jetzt das Spiel noch mal ganz kurz durchgespielt. Jetzt weiß man ja, wie das läuft, der ganze Bums. Ich musste es ja durchspielen, damit ich das Bonus-Kapitel anmachen kann. Wer den letzten Stream geguckt hat oder die erste Folge bereits hier auf der Tube hochgeladen vom letzten Wimmelbild-Stream, der weiß das schon, dass ich das einmal durchspielen musste. Weil das andere war auf die Account von The Kurodol und das hier war auf die Account von The Isch. Dementsprechend war das noch nicht durchgespielt. So, aber es ist durchgespielt und jetzt erfahren wir, was im Bonus-Kapitel für eine kranker Scheiße abgeht. Wollen wir mal gucken, wie das so aufgestellt ist. Wer hätte gedacht, dass ich mich darauf freue, Haus auf Tausend Doors, die Fortsetzung von dem zweiten Teil zu spielen. Den ersten Teil fand ich übrigens gut, der zweite Teil war so, hm? Ja. Aber dann kam dieses Fantasy, Sci-Fi, Unterwasser... Ja, die Journal Journey war kacke. Die Journal Journey war kacke. Und ich freue mich sehr. Die Journal Journey war kacke. Ich habe Erwartungen. War kacke. Die Journal Journey war kacke. So, muss ich hier verschieben. Ja, natürlich muss ich hier verschieben. Ist es cool. Es ist größer. Ja, ja, wir konnten ja... Ja, nee, aber das ergibt keinen Sinn. Nee, wir konnten ja Eternal Journey nicht vergrößern. Du erinnerst dich? Mhm. Da sehe ich das Bild. Ganz tolles Spiel. Ja, an allen Ecken und Enden hat es da... Außer bei der Katzenanimation. Die war auch... Ich weiß ja nicht, wie gut du offensichtlich fandst du die Katzenanimation hervorragend. Ich fand, die war immer noch eine der besten Sachen an diesem Spiel, weil es waren mehr als zwei Bilder. Ja, doch schon. Also gut, da muss man sagen, die Cutscenes, die waren meistens ganz cool. Aber wenn halt für die Katzenes alles an Budget rausgeblasen wird und dafür alles andere hängen bleibt... Ja, es ist so wie bei Zoroaster, die Cutscenes waren supergeil gemacht für so ein Spiel. Dafür war es halt voll kurz. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, es war sehr, sehr... Oder wir haben einfach für den ersten Teil länger gebraucht und sind jetzt einfach voll into this game und so und sind voll die Pros und wir haben nicht mal Tipps gebraucht beim letzten Mal. Wir haben nur dieses eine komische Puzzle übersprungen. Irgendwie, irgendwie ist der gerade... Ah, ich weiß auch warum. Weil ich hab ja fürs Durchspielen von Haus auf Zoroaster... Zoroaster, das zweite Durchspiel habe ich hier links YouTube-Videos laufen lassen, rechts habe ich vor mich hingewittelt. Also als absoluter Wimmelbild-Pro. Ach, jetzt die schönere Musik auch wieder da? So, ich denke mal... Ja. Auf geht's! Oh! Der Strategy Guide! Genau, jetzt können wir uns hier auch noch diese anderen Boni angucken, wie hier die Concept Arts. Also ich muss sagen, diesmal scheinen die Hintergründe auch viel hübscher zu sein als... Das sind keine Hintergründe. Nein, das ist das Concept Art Ding. Ja. Schade. Aber trotzdem schon, ne? Also was wäre hier schon eine Hintergründe gewesen? Wo war das denn? Wo war das denn? Das gab's gar nicht. Ah, es kommt jetzt vielleicht gleich im Bonus-Kapitel. Ah, Spoiler! Spoiler! Ja. Der ist der Pirat. Der Piraten-Kapitän! Das kommt vielleicht im Bonus-Kapitel? Geh ich mal voll aus. Genauso wie... Das kennen wir. Das ist der... Irgendwie sprile Römer. Ich arbeite hier nur. Ja, ich wurde hier bewusst, diese Kack-Rüstung tragen, um hier nachts rumzustehen. Ach, schau mal, es geht gleich zu den Vikingern, oder? Ja, offenbar, ne? Ja, sieht so aus. Nice. Das ist der Gang. Die Kanone! Jep. Ballern wir mal den Tempel. Ja, das... Daran erinnere ich mich. Oh, diese komische. Ja. Oh, schau mal, da hinten sind die Wallpapers. Ja, ich weiß. Das ist der Strategy Guide, den mach ich jetzt nicht hoch, den brauchen wir nicht. Okay, die Wallpapers sind wieder total Bullshit wie beim letzten Mal. Außer vielleicht dieser Baum da. Was ist denn das hier für ein Kack-Wallpaper? Also bitte. Das hätte man lieber zu den Körzer-Konzept-Art geben sollen, ne? Ja. Sollen wir hier... Aber schau mal, da unten das mit dem Bäumchen sieht nett aus. Ja, den kennen wir auch noch nicht. Spoiler! Ich weiß nicht, das hier kennen wir auch noch nicht. Spoiler! Aber vielleicht ist das Yggdrasil in Miniatur-Variante. Ah. Ja, dann auf geht's. Ganz kurz. Man sieht ja auch hier, es gibt nur diese beiden Größen. Die haben niemals in Betracht gezogen, auch nur ansatzweise das Ganze in etwas größere. Was sind die Spiele denn eigentlich? Vielleicht sind das irgendwelche Leute, die malen halt in dieser Gruppe. Ich schaue mal nach, wenn man die Spiele sieht. Ja, und währenddessen drücke ich hier schon mal auf, okay, bei Bonus-Kapitel. Oh, jetzt muss ich ja gucken. Hat auch so einen leichten Tremo. Oh, okay. für ihn zu leave now my our departure has arrived and i want to leave the house and the care of a trustworthy person please accept this responsibility as a gift i will give you the key to the library where the artifacts and the knowledge of inhabitants of the house of gathering store entering the reading hall won't be easy as you'll need a key if the house allows you in it will give you this relic i'm waiting for you in the library also die spiele sind von 2012 ja ich glaube da hatte man schon andere formate ja ich gehe auch mal ganz ganz schnell davon aus was durst du da ich wollte nur dass hier hochschieben damit ich den chat sehen kann ich hatte nämlich gerade gesehen verzögert im stream dass der der chat da war und ja der leo ist da ja salut der atmet aber hart in die lunge ja ich habe mir auch gedacht und außerdem scheint er so einen leichten tremor zu haben ja ich muss sagen das sieht so ein bisschen aus ich fand das sah so ein bisschen aus wie mont saint michel ne warte mal doch das kommt so die dran mal wieder die beiden die gucken sich immer noch an und machen da geh nochmal auf die tür und ruf sie gehen sicher wieder po 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 da ist der hundi 360 no scope ha der hund lässt mich denn durch ja hier hört jetzt ganz kurz dass der sound weg ist irgendwie ist der gerade aus dem bild raus aber ja zwei sternförmige schlüsse einen haben wir schon mal nein, wo ist der zweite? da, schau mal, vielleicht kommen wir da raus äh, das ist das zweite mal passiert, das passiert ja immer zweimal wo, wo raus? da in den garten die gattentür? nein dann müssen wir vielleicht auf der anderen seite raus in den vorgarten, da konnte man doch auch raus vielleicht, probieren wir es auch, ja oh, unsere beste freundin ist wieder der... aber dafür ist die schaukel jetzt kaputt ach, deshalb macht sie die painting jetzt quatschen sie die trolle erstmal zu hallo, kate hast du gesehen, gabriel? sein hart ist stark, aber ich weiß nicht warum er hat so viele dazugehörige ja, es gab einen feuer zum feuerinferno er ist beginner ok, jetzt beginnt ich muss eine der Landschaften restieren, aber ich habe keine warte pfeil bitte find einen für mich und schnell und schnell gabriel's Leben könnte auf das dependieren ok sein hart ist stark ja, und ich weiß nicht warum wahrscheinlich weil es wahrscheinlich weil es sein hart ist stark sein hart ist stark und ich weiß nicht warum wahrscheinlich weil es seine sehr unhealtige diet er isst so viel Krust weshalb liegt das alles rum ja, das kennen wir noch ja, boom schön schön, schön, schön dollar dollar bill, ja hab ich mich jetzt nicht mehr dran ach ja, du hast es ja ich hab das ja vor kurzem erst Axt ja, da ist die Axt und der was ist ein Planger? ah wie oft noch wie oft noch wie oft noch wie oft noch irgendwann irgendwann ich weiß noch, dass das hier was ich die ganze Zeit für einen Ventilator gehalten hat der Hall der Anker ist ja aber ich glaub die Tweezers waren ja, die sind auch hier drin hm, das hier der Pencil Pencil Schapen ja, nice und das Portrait ist das hier Handbell mach mal die Klappe wieder zu Bicycle Horn Bicycle Bicycle b driveway ev expense schieb ne kluh be da ist die Flower da is die Flower ja,ne Flower da ich glaub der wa no da Handball, ist das so'n Ding wo man so bipartes wrote еко Aber wir brauchen in der Tat einen Dart. Wie immer. Das ist übrigens der Rossschuh. Guck mal, wir können irgendwas abschneiden. Ah. Sag ich doch. Rossschuh. Und so. Dart. Ja. So, jetzt müssen wir die Handbell finden. Der Dart ist ganz linksmitte unten. Ah, hab ich zu spät gesehen, aber danke. Ähm. Ja, ich geh hier mal einfach alles ab. Es ist ja nicht immer ganz ersichtlich, was man hier so anklicken kann. Ja, vor allem, was man überhaupt suchen soll hin und wieder. Ja, vielleicht guck doch mal in der Kiste. Ja, vielleicht ist ja. Ja doch, dann muss es drunter sein. Da zack, dann haben wir es. Das ist sogar das richtige. So was hat Mama uns abends so zum Essen gerufen. Wenn wir draußen gespielt haben, hat sie die Tür geöffnet und so. Es sind alles fertig. Und dann kamen wir angerannt. Ihr hattet immerhin Essen. Ja. Das hatten wir. Diese jungen Leute. Als ich jung war, gab's noch kein Essen. Das haben die Amerikaner erst nach dem Krieg gebracht. Ein Gemälde. Was? Ach, die können wir einfüllen. Wahrscheinlich. I need something, that can cut this rope. Yeah, lady. Your dumb face. Ach, nun das hier wieder. Der Schlimmer. Der Lock. Typ of paint. Warte. Seahorse. Typ of paint. Sword. Pan. Camille. Wo ist die Peitsche? Da ist die Peitsche. Ja. Ja, da. Unterhin schon. Ah, die Eiglases. Und der Speer. Ich rutschte gerade. Ich bin immer noch ein riesiger Fan von diesem Murmeltier mit der Handgranate. Ja, das Murmeltier mit der Handgranate ist schon sehr, sehr geil. Das nicht als Wallpaper. Ah. Entschuldigung. Ich bin hier fast vom Spiel gerutscht. Das war nicht so geil. Ah, Polarbeer. Man nehme das da und füge es damit zusammen. Polar... Polarbeer? Ja, Polarbeer. Das wäre Polarbeer gesagt. Nein, ich habe Polarbeer. Polarbeer. Bäh. Ich habe in der Tat Bier gesagt, ja. Polarbeer. Ja, ist ja sonst fäsch. Denken sie nochmal darüber nach... Ach, was sie gerade gesagt haben. Polarbeer. Hey. Ah, jetzt haben wir die weiße Farbe, die sie haben möchten. Sehr schön. Das ist auf. Da war das Schwert drin für den Jammergeist. Jammer Jammergeist. Hier fehlt was. Animal Tockeins. Fehlen da. Die Jotelalter. Animal Tockeins. Ich denke, wir können hier die Farbe geben. Das denke ich auch. Keine Ursache. Meister? Ah, so eine Beziehung ist das also. Ach, darauf stehst du also nicht. Partyhut. Ach, jetzt malt sie. Ja, jetzt steht sie da rum und malt. Die Olle. Mit ihren bunten Barben, die keinen Sinn ergeben. Ja, die hätte ja auch überhaupt nicht hier hinten... Können wir vielleicht das eine... Ich meine, die ist doch häufiger im Haus. Die kennt die... Darf ich jetzt? Ich weiß, tut mir sehr leid. Ich klinge jetzt mal ein Eischen. Das ist okay. Die kennt doch den Hund. Hättet ihr nicht selber kurz nach da hinten gehen können? An dem Hund vorbei. Und sich die scheiß Farbe holen können. Ich hab keine weiße Farbe und... ein kurzes Haus gehen holen. Kann ich nicht. So. Ja, jetzt haben wir hier... Die Türen wechseln doch die ganze Zeit ihre Erscheinung. Mama. Dann gehen wir mal wieder... Vielleicht müssen wir hier irgendwas machen. Vielleicht ist dieses Ding da unten? Da hängt ein Messer. Messer. Krass. Krass, krass, krass. Ah, wir können jetzt in dem anderen Raum dieses Ding da aufcutten. Nicht da. Da. Ja. Ähm. Das da. Schnibbel, 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 schnibbel. Und noch ein Bild. So. Wir durften das Messer behalten. Wey. Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise mal. Müssten wir jetzt warten, bis der Hinten mit ihrem blöden Gemälde fertig ist? Das kann sein. Pff, joa. Ja, dann gehen wir doch nochmal zurück. Ja, wir sollen in den Garten. Schau mal. Ja. Ernsthaft. Das ist ja doll. Das ist ja... Bisher ist das irgendwie... Ja. Ja, da hängt was im Kronleuchter, aber da kommen wir noch nicht ran. Da haben wir eben drauf geklickt. Das ist zu hoch. Oh, der Gulli geht auf. Das sieht so kalt aus. Ich will, dass es aufhört, kalt zu sein. Der nächste von diesen komischen Schlüsseln. Und den können wir jetzt hier reinbrücken. Träumchen. Move the bars to open. Ach so, ja. Move the bars to one side, das ist gut. In the direction. Wow. Der Chris hat's voll raus wenn's ums Drehen geht. Okay, ja. Ich hab eigentlich nur so random geklickt, aber... Das mach ich meistens für solche Räsen. Wer ist das? Der sieht aus, wie ein Nazi ein bisschen, oder was? Ich wollt grad sagen, sitzt da Hitler? Ich dachte eher an so'n SS-Typ, aber ja. Nice. Das hat's gar nicht. Okay. Das wollen wir aber gar nicht. Okay. 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 Wir wollten einfach nur nicht noch mehr Verhalten animieren. Okay. Okay. Wie bist du so schnell da reingekommen? Ja, aber wir wollen doch nicht Master of Desaster werden. Da müssen wir Schilder einsetzen. Sechs. Oh, das können wir jetzt schon machen. Krasser Scheiß. Dann klick mal. Ja, wir müssen das wohl noch weiter drehen. America! Fuck yeah! Aber kann er da auch ein bisschen. So. Oh, muss noch drehen. Da sehe ich überhaupt nichts. Danke. Schön. Fein! Wow. Jetzt machen wir die Schnapsbar auf. Oh, Mann. Das ist ein Tracking-Key. Ich habe gehofft, da wäre eine Schnapsbar drin. Alles, was wir hier hinten finden. Das sieht ja lustig aus. Okay, ja. Das sieht wirklich ziemlich cool aus. Krass. Ich hätte nicht gedacht, dass das da reingeht. Aber ich meine, natürlich. Irgendwie war es sehr wahrscheinlich. Ja, dann auf, auf. Immer Holzfällen, ne? In kalten Gebieten, klar. Man muss sich ja warm halten. Hallo, guter Mann. Du bist sehr enthusiastisch bei Wolfen. Peace and love. Der Hippie. Wir wollen sicher den Fluch lösen, damit er nicht schon ausbleiben ist. Ja. Beste Dreibild-Animation ever. Der Leo. Ich habe hier so fucking Bucket. Hier so fucking Bucket. Wer steht da da rum und guckt? Wir haben eine Axt. Danke für deine riesen Axt. Wir haben ein Messer und eine Axt. Dieses Spiel ist sehr gewalttätig. Ah, guck mal, einzelne Schilder haben wir jetzt schon. Oh, schau mal das. Und, äh. Und wie wäre es mit der Axt? Mit dem Eimer. Da müssen wir durch. Du willst jetzt überall die Axt benutzen. Ich bin ein großer Fan von Axten. Oh, guck mal da mit der Axt. Nein. Da brauche ich das heiße Wasser für. Schlimm. Und, äh. Oh nein, die Leute gehen weg wegen dunkler Magie. Warum zur Hölle bleibst du da und hakst Holz? Vielleicht hat er keine Freunde und denkt sich so. Vielleicht hat er sich gedacht, das muss er jetzt doch fertig machen. Jetzt wohne ich hier halt. So. Ja, danke für dein Holz. Können wir mit der Axt vielleicht das Ding von Kronleuf da runterholen? Vielleicht. Also, hier können wir auf jeden Fall schon mal eins von den Schildern einsetzen. Das ist schon mal weg. Was ist unser Inventar total? Wir haben leider kein Kind. Sonst würde ich das natürlich sofort tun, aber... Aber wir haben... Oh nein, sie ist auch weg. Wir sind wieder allein, allein. Oh. Wir haben auch so mal hier anklicken können. Ja. Das ist kein Wimmelbild. Ah, das Seil. Wir haben ja noch ein Messer. Zip! Deshalb ist die Schaukel kaputt. Damit wir das Seil abmachen können. Jetzt können wir Wasser aus dem Brunnen holen. Richtig. Klauer. Zack. Wo haben wir den Haken her? Ich frage gar nicht mehr. Ich frage nicht mehr. Hat sie immer in ihrer Hosentasche. So. In der Tat. Mit der Axt können wir den ganzen Kronleuchter runterholen. Deshalb können wir ihn wahrscheinlich auch nicht benutzen. Jetzt haben wir kein Feuer. Ja, das ist jetzt doof. Mit Axt reiben. Dass es Feuer gibt. Ja, das kann sie nicht. Vielleicht können wir hinten noch was anklicken. Ja, vielleicht. Nein. Nein. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Oh, der Uschi ist schon klar, dass es schneit. Schnee ist Wasser. Also im Spiel Wasser zu besorgen ist höchst. Aber wir brauchen ja heißes Wasser, um das andere Ding da weg zu schmelzen. Da kommen wir auch nicht hin. Ah. Entschuldigung. Hol noch mal Wasser und gib es dem Typen. Okay. Ich dachte, der will warmes Wasser trinken. Nein, nein. Das brauchen wir nicht zum Ding schmelzen. Das war ziemlich häufig. Der Typ mag also Hirnfrost. Gut. Hier, trink dein blödes Wasser. Trink die ganzen Eiber leer. Oh, die Schütze. Er hat aber einen Zug. Was? Hast du mich mal angekommen? Naja, er ist einsam und alt. Das erklärt's Midlife-Crisis. Oh, was ist das? Bärin. Bärin. Gibt's eine Eiberle? Was ist das? Vielleicht. Ja, so trinkt der Opa auch immer. Hallo! Schön Sangria mit dem Wikinger auf Malle. Seine Axt ist gerade kaputt gegangen. Warte. Wir haben auch eine Axt. Ich möchte aber nicht in seinen Schuppen gehen. Please stay out of my shed. Hey, 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 stay out of my shed. Ja, wir müssen in seinen Shed gehen. Da ist bestimmt so ein perverser Sex-Dungeon drin. Das ist kein Dungeon. Das ist nur eine Hütte. Wenn wir jetzt in den Keller müssen... Achso, der hat was mit Hühnern. Ich sehe das Problem. Ja. Das ist kein normaler Eierkarton. Es ist ein... Da ist ein Ei. Es ist eine Schachtel. Da müssen ein Dutzend Eier rein. Okay. Ei. Ja, ja, chill mal. Chill mal. Ja, sagen wir mal ein Ei. Wo? Wo zeigst du da hin? Zeigst du da irgendwo in so eine... Oh nein, das sind wieder Spinnen. Wir haben aber ein Messer. Glaubst du ernsthaft? Ich weiß es nicht. Glaubst du ernsthaft, dass die gute Frau... Da oben ist noch ein Ei. Da ist ein Wikinger. Was ist denn das für ein beschissenes Schloss, wo du Eier reintun musst? Das ist ein Wikinger-Schloss. So funktioniert das. Wikinger-Schlösser funktionieren so. Oh, guck mal. Das da können wir. Tja. Mit dem Messer. Was für ein Kot. Das ist ein unendlicher Kot. Mit dem Holzstock. Okay, das war ein gruseliges Kot. Total gruselig. Ich habe schon so richtig Angst. Äh. Ja, die letzten beiden Eier sind hier hinten. Aber das ist das eine kein Ei. Ja, das ist kein Ei. Da ist noch ein Ei. Wey, wir haben ein Ei. Jetzt fehlt nur noch ein Ei. Dafür brauche ich erstmal was. Der will ja seinen blöden Axtstock haben. WUSCH! Instantly ist der 60 Jahre alte Mann da hinten hingebrettert. Jetzt ist er weg. Tschüss! I will barely miss you. Rattenpower! I barely do you. Oh, schon, das sieht cool aus. I hate mice! Ja. Also sie hast Schwinn, sie hast Mäuse. Das ist doch Cat Weasel. In der Tat, so ein bisschen. Wir haben eine Planke, um über das Ding da hinten zu gehen. Wir haben einen Adler. Der singert. Was zum Arsch! Da ist eine Bottle. Rolling Pinball. Das sieht irgendwie nicht so gesund aus. Nee. Ah, warte mal, wir können hier mit was Grün malen. Was brauchen wir denn? Ein Butterflee, der muss grün werden. Da drüben. Es knarrt die da irgendwas komisch. Jetzt, irgendwann kommt die Hexe und sagt, buh. Oh, ich habe schon so viel Angst. Ich erschrecke mich ja wirklich. Oh. Ähm, äh, Horseshoe. Ähm, äh, Wetsches? Sanderpanna sagt rechts. Die Lightbulb liegt ganz oben auf den Holzbalken rechts. Keys. Onion. Oh ja, Glühbirne. Danke, danke. Bowling Pin. Nicht Rolling Pin. Warum klicke ich auf das nicht? So ein Bowling Pin. Äh, Tennis Racquet. Ja, ja, was die Wikinger da so alles rumstehen haben. Tennis Racquet. Ja, ja, Fernglas. Klar doch, klar doch. Bumerang. Ja, ja. Wo ist der Hammer? Wo ist der Crowbar? Die Crowbar. Wo mag der Crowbar sein? Also wir brauchen noch einen Bowling Pin, einen Crowbar, einen Hook und Hammer. Das ist der Hammer. Hammer. Hook. Jetzt brauchen wir noch einen Bowling Pin und eine Crowbar. Bowling Pin auf dem Regal. Da. Ah. Crowbar. Crowbar. Noice. Noice. No, 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 no. Noice. Oh yeah. Mit dem Hammer hauen wir auf die Mäuse. Nein, offenbar nicht. Mit dem Hammer hauen wir auf den Gong hier. Boing. Ah, wir können uns die Figur angucken. Da war gerade weiter unten, weiter unten. Ach, ich dachte, da wäre was gewesen. So, ich möchte jetzt aber gerne nochmal hier rein. Ich weiß nicht genau warum. Ach ja, stimmt. Donk. Ich will den Stumpf hier bitten. Ja, jetzt haben wir ein Rad. Ich weiß nicht genau, wofür wir ein Rad brauchen, aber schön, jetzt haben wir ein Rad. Ja, wir können jetzt da drüber gehen. Ja, da können wir jetzt die Planke rüberlegen. Können wir schön über die Planke gehen. Weil das sieht so sicher aus. Ah, ja, ja, die Käthe, die reißt da so einiges. Ach, das ist sicher ein Eis, oder? Ach, das ist sicher ein Eis, oder? Orsonone, er ist ein Buttplug. Hm, ouch. Das ist so kalt da unten drin. Ja. Wir haben eine Axt. Nee, wir müssen das da reparieren. Weil die Axt doch immer noch so halb angefroren ist. Jep. Hey, dude, dir fehlt hier was im Kopf. Sack. Jetzt haben wir einen Sack. Wow. Wofür brauchen wir einen Sack? Können wir mit dem Rad da drüben nicht das machen? Was? Da oben? Vielleicht, ja. Ich verstehe zwar nicht, wie das jetzt funktioniert hat, aber... Ja, ja, wenn die gute Käthe, wenn die Käthe findet, das geht, dann geht das. Nimm den Kack doch einfach mit! Drei! Drei! Sie haben drei Pfeile! Ich weiß ganz genau, dass sie drei Pfeile sammeln muss. Pappen da, also...